Die Katze ist das Symbol des Senn. Aus dem Grund, weil der Tiger auch eine Katze ist, wird im Senn eben der Meister immer als der Tiger bezeichnet. Der Tiger ist das Symbol für einen Sennmeister. Es ist so wie das Beispiel, da ist ein Sennkloster. Und der Meister des Klosters, der spricht mit dem benachbarten Meister des anderen Klosters. Und er sagt, wir haben ein großes Problem. Ständig wird bei uns die Nahrung angeknabbert. Da ist eine Maus, die lässt sich einfach nicht fangen. Wir haben schon so viele Katzen geholt. Wir haben eine Katze geholt, die waren so gefährlich. Wir haben eine gehabt, die hat solche Krallen gehabt. Wenn du die angesehen hast, ist das ja schon ganz anders geworden. Unheimliche Katzen mit einer Gewindigkeit. Die springen da rum und die Luft drehen sich. Da haben wir gedacht, das ist die richtige jetzt. Und alles versucht. Und die ist nicht zu fangen. Da sagt der Meister, ja, betrachtet ihr mal unsere Katze. Guck, Miezi, komm mal. Da kommt die Katze, kommt eine angeschlichen, so eine alte Katze. Ja, und hat gerade noch so ein paar Zähne. In der anderen Zeit fehlt sogar noch Zähne. Eine Ohr hängt schon halb runter. Und schon Kämpfe gehabt, viele, und gefochten. Die Meister Eckert sagt, ein wahrer Ritter hat viel gefochten. Darum hat er auch einen Schmiss. Nun ja. Und er sagt, das ist jetzt hier die wahre Katze. Das hier, die ist ja schon halb tot. Die macht ja nur noch ein paar Tage. Die macht ja sowieso nicht mehr. Wie soll denn die eine Mausfrage sagen? Sag, was du willst. Ich gebe dir den Rat, nimm sie mit. Und mache ich ein schönes Körbchen in die Küche und legst da hin. Ich habe schon so viel versucht, warum nicht noch das? Der nimmt die alte Katze da mit. Und als er mit ankommt, die Menschen sind schon furchtbar alt. Was ist denn mit der alten Katze da hier? Ja, naja, dann versuchen wir mal was. Legt er die Katze in das Körbchen. Nun ja, lange Rede, Gott sei Dank. Es ist abends, in der Nacht. Kommt dann die Maus raus. Kommt. Guckt, sieht die Katze. Läuft dann rum. Läuft die Katze rum. Ja, denkt, naja, die alte Katze. Ach, hey. Das kommt vor Ort. Ich habe keine Angst haben. Und geht an die Körner und macht Essensreste. Ja. Und am nächsten Tag wieder. Übernächsten Tag wieder. Ja. Und es geht so eine Zeit lang. Und. Das sagt der Meister von dem anderen Kloster. Und sagt, da quittet ja gar nichts. Ja, alles genau wie vorher. Sagt der Mann doch mal ab. Geduld. Seine Hörer hat vermutet, Laus eh schon gesagt. Nun ja, gut. Also. Wartet mal noch ein paar Tage. Dann geht es so weiter. Und die Maus, die wird dann immer zudringlicher und sagt, naja, da kann ja gar nichts passieren. Und läuft immer näher an denen vorbei. Und auf einmal zack, wacht. Ja. Ja. Ist sie in den Empfängen der alten Katze, ja, kriegt das Genick durchgebissen. Und alle Menschen kommen, sag ich, so was möglich ist die alte Katze. Ja, ja, sagt der Meister, ja, ja. Da haben wir wieder was gelernt, was uns gezeigt wurde. Das ist wahres Sinnbewusstsein. Das ist hier. Gelöst, entspannt, unmittelbar, aber doch hellger bewusst. Aus dieser Geistesverfassung ist jede Aktion aus dem Augenblick möglich. Aus dieser Geistesverfassung ist jede Aktion aus dem Augenblick möglich.